hallo und herzlich willkommen ich bin euer platifi und begrüße euch zu einer weiteren folge von Mario Kart 8 Deluxe ja Leute wir spielen weiter wir haben als nächstes vor uns den Animal Crossing Cup ok let's go und der Baby Park macht den Beginn in der Animal Crossing Cup das wird jetzt lustig lustig im Kreis von yay hi ohne Scheiß das ist nicht mehr als das doch jetzt sollt ihr nicht einmal aufs violetten Tust aufladen Alter weil ihr einfach mit dem violetten Tust schmalkt und ich überrunde schon Autos oder halt Cards so lange bei mir oh scheiße solange bei mir unten eine Ansage steht bin ich erst ähm weißt du nicht wer hinter mir ist Aua ah ok ist mir normal auch noch nie passiert ich bin vierter Alter was ist denn halt los hä dann fungst du gut und dann kannst du schon wieder einen ganzen Cup schmeißen ach lecker mio Och nee warum das Käse lang ach lecker chir passenger hör ach k ach 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 Oh, der hat eine gute Karte Kombi, Baby Luigi, weil er kleine Raffen und das Pünktchen hat, das ist endlich eine gute Kombi. Aua, scheiß Kettenhund. Jetzt zurück zu Mario 64 in Bomb on Battlefield. Da wird mehr gebraucht als da auf dem Geseland. Ach, come on. Ich hoffe dann nix in dem Stuhl. Ich bin froh, dass man nicht in Mario Kart Wiesern für die Spur gegen NPC ist, dann würde ich glaube ich echt ausrasten. Normal müsst ihr es schaffen. Da hinten normal. Das ist bei mir schon normal. Ach guck, schöner Rift. Schöner Rift. Schöner Rift. Ach wow. Aber ich bin trotzdem erster. Ich bin zweiter. Okay. Und eine Strecke, die ich auch nicht mag. Erst recht mit Mario Kart Online, oder? Aber lustigerweise spielte ich das Spiel online lieber, weil mir doch wurscht ich welche Platzierung gehabt. Ja genau. Erzähl ich meine Oma, dass ich da gerade aufgeregt bin. Ja komm, kapiss dich. Ich habe ja alle gleich ein Geschenkchen. Ich habe ja alle gleich ein Geschenkchen. Ich spiele am Mario Kart. Echt lieber online. Da ist mir aber wurscht was für eine Klasse. Weil. Weil online interessieren meine Stats mich nicht. Da ist schon. Ich hätte ja gerne. Oh no. Du wretch aber böse. Ach guck. Bist du. Mit der Scheppe. Ja rosa gold mit Schotzi abschreckt. Na die. Na. Warum. Komm. Komm. Mit eier scheiß Ernstspül. Na das war's. Oder? Oder? Hu hu hu. Erster. So jetzt. Das sind die letzte paar Meter, die was dann echt entscheidend sind. Und ich bin wieder erster. Juhu. Let's go. Letzte Strecke dieses Cups. Und zwar Animal Crossing Dorf. Jetzt bin ich gespannt nochmal das alles gut schaffen. Hi. Hey. Okay. Du sollst eigentlich auch fast nur driften. Du sollst springern. Du sollst springern. Ich und Larry haben uns so einen Fursprung aufgebaut alter. Fussprung auf. Wieso kann ich da einen Fursprung machen. Fussprung. Naja. Wieso? Ich hab dich geguckt. Gle 실행. Naja. weiter ok verkackt egal cool wort trotzdem was war das beste das kieseland das war schöner schott baby rosalina aber mehr warum war das kieseland das beste das war's wenn euch der part gefallen hat dann lasst doch ein like und ein abo da aktiviert die glocke um nicht mehr zu verpassen dann sagen wir tschö mit v wir sehen uns bei der nächsten folge von mario kardach deluxe wieder bis dann euer play tv servus